So, heute war eine neue Idee. Wir kommentieren jetzt mal eine Runde. Wurde öfters mal nachgefragt, ob man das mal noch zu erzählen konnte. Die Videos werden dann überhaupt nicht mehr nachhaltig. Deswegen starten wir jetzt einfach mal mit einer Runde. Wir haben uns schon gleich. Der Rest steht in der Woche. Was geht denn da los? Schnell, schnell, bremsen. Die Mobilität macht noch besser. Alles mit dem Anstrengung. Die Richtung hochdurch. Los geht ab. Schön ins Körper anschneiden. Dann wieder rauf. So umsteckig, gleich wieder auf die Rad gehen. Auslaufen lassen. Jetzt müssen wir den Kreifen vor Ort. Da wird schon mal geändert. Da steht ja noch ein Ableichwort. Da steht auch schon nach außen. Vierter Gang. Jetzt sehen. Da wollen wir viel schön erwischen. Das ist gleich schon die Postmann. Für die Leichtstunde durch. und dann machen wir viel und weiter Wir stehen noch innen Wir sind nicht ausdrücken Wir stehen wieder schön an den Körben an der Erhöhung hier auflaufen lassen Nicht mehr zu füllen gesalten Nicht mehr zurück Ich brauche gleich den Körben beim Ausfahren Wir sind schön rauslagen lassen Dann passt Jetzt wohl raus Wir haben hier schön rausgekommen Wir sind schön draußen Lange draußen bleiben Hier hinten Wir sind schön auf dem Körben Hier hinten auf dem Körben Denkmal fürs Zoll Entschuldigung, schon mit dem auf die Gerade Oder ins Meter Wir sind oben Gute Wir sind immer schuldig Wir sind ganz gerne auf dem Körben Dann streichen die Körben Auf den Wind, voll raus. Einfach besser dahinter. Schön außen. Sie ganz rechts bleiben. Schön auf die Geradewebe. Mit den Schnellgangs nach vorne raus. Entschuldigen können. Jetzt noch eine Runde wieder vorbei. Okay, 6 Minuten. Zappen fahren. Nehmt euch einfach mal mit auf die Rechts. Mal gucken, was passiert. Wollt ihr das auch ein bisschen ziehen lassen? Ja. Das ist eine Bewegung ankommen. Ich glaube, das ist der Meisten. Mal einfach mal. Mal einfach. Mal einfach mal. Mal einfach mal. Mal. Versteckende. Schöne erste Mal. Weil ich über erste Mal ausziehe. Weil die Hände noch drängen. Mal Länge noch ein bisschen auf. Auffälle. picturep acc*** die Ferne noch auf... und hier soll man jetzt eigentlich den Pferd noch mal halten raus, der Anker so, der Anker auf jeden Gang schön rein, außen bleiben, dann rein hier schön hinten bleiben und in die Kurve ist der Pass raus die Kollegen hier vorbei die Kurve ist super, lecker und fest halten so, raus, die Watt ist schon durch die Schalte hier ist auch so ein Grund vom Sauger-Pio da waren wir hier sind die Pferd noch vor und wir brauchen noch ein Pauserechner so, wenn sich das anzurechnen dann sind wir schon wieder oben hier wieder schön rechts bleiben dass wir die Wagen recht schön drauf auf den Fett und wir brauchen die Wagen wieder oben es ist aber warmer und wir brauchen die Wagen ja, dann will die Schalte raus und dann haben wir das für anzurechnen dann kann ich noch mal schon super mal abschenken bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.